hallo leute willkommen zu einem neuen video in diesem fall geht es um die software 6g und wir ein neues netzwerk anlegen können von vlan firewall regeln und vieles mehr wir melden uns erstmal bei der software an ich nutze in dem fall die englische oberfläche da man die meisten tutorials oder anleitungen findet und man auch die punkte besser findet man manchmal die übersetzung recht spartanisch ist oder eher schwierig genau wir fangen an wir gehen zunächst auf network dann zonen ihr seht ihr schon ich habe schon ein paar zonen angelegt das sind die default zone das sind die sozusagen ausgegraut sind und das sind eigene angelegte zonen zunächst gehen wir einmal auf können es entweder zuweisen lahn dmz in dem fall an ich habe in dem fall eine art mit zwei land ports das heißt so viel kann man da auch nicht machen außer hat alles über vlan dann können wir hier sehen wir haben verschiedene dienste entweder der part hier oben das heißt damit wird erlaubt ob man die web oberfläche aus dem netz öffnen kann das stadt lasse ich standardmäßig offen was kann man ein management netz machen wo man dann ssh auch aktiviert dass man gegeben falls sich damit anmelden kann das was ich eigentlich prima macht sind die beiden punkte einmal dns erlaubt und dass man pingen kann also genau dann geben wir um einfach mal test 123 ein so andere dienste kann man auch noch machen ob bestimmte sachen da auch noch erlaubt sind was protection in dem fall wenn ihr weder access point von sofos habt user portal user portal ist die geschichte wenn ihr euch auf der sofos anmeldet ohne den port 4 4 4 4 standmäßig ist das port 4 4 3 den musste ich auch ändern weil ich habe im hintergrund einen web server laufen und das user portal kennt ihr von der sofos utm ebenfalls das ist dann da wo man sich anmeldet um dann gegeben falls vpn programme und ähnliches runterzuladen und dann noch vieles mehr in dem fall gehen wir erst mal weiter gehen auf save ein bisschen weil der intel look hat ein bisschen leistung aber nicht viel so das ist erst mal hier erledigt jetzt würden wir einmal das interface anlegen das heißt wir gehen hier einmal auf interfaces genau auf interface und dann haben wir jetzt viel an hier könnt ihr einmal die zone auswählen einmal das interface ich habe einfach laden waren genannt weil ich habe nur zwei esser netboxen in dem fall natürlich laden weil waren bringt uns eher wenig und jetzt haben wir den paar zone wir haben eben eine neue zone angelegt das heißt wir geben jetzt einfach test 1 2 3 ein jemand einfach irgendwas ich nenne es einfach jetzt mal 55 oben nennt ihr es auch wieder test 1 2 3 und dann geben wir die ip-adresse in dem netz an das heißt wir machen jetzt einfach 1 2 1 6 8 55 254 als beispiel das wäre jetzt der fall anpaar das heißt hier könnt ihr ganz normal auch auf safe gehen dann haben wir ein fall angelegt jetzt fehlt natürlich der cp und firewall regel noch das heißt wir müssen einmal der cp server einrichten wenn ihr am ende dort endgeräte per cp verteilen wollt management netz zum beispiel habe ich kein der cp server einfach damit die geräte nur statische ip-adressen haben geht wie folgt wir gehen hier oben auf der cp und dann habt ihr seht ihr jetzt schon meine drei der cp server der part ist standardmäßig der geht zu diesen access point part der natürlich bei mir nicht genutzt wird weil ich habe andere hersteller von access points wir gehen dann hier einmal auf add und jetzt könnt ihr hier auch wieder das interface auswählen in dem fall die 123 bei der utm hatte damals immer schon die ip-adressen eingetragen die können wir jetzt einfach eintragen wir machen einfach 1 2 1 6 8 55 punkt 50 bis 1 2 1 6 8 55 punkt 55 das wären jetzt fünf stück ich brauche jetzt keine 253 ap-adressen aber das könnt ihr einstellen wie ihr möchtet oben dann auch wieder da mache ich es dann so wichtiges bindestriche funktionieren nicht warum auch immer ihr macht dann einfach dhcp oder so test 123 unterstrich dhcp als beispiel dann gehen wir auf dann habt ihr unten genau dann habt ihr unten noch den dns part da könnt ihr entweder die software selbst nutzen die software macht eine art dns weiterleitung das heißt ihr könnt den das gateway gleichzeitig als dns nutzen und unter dns sind dann die externe dns server eingetragen wo es dann umgeleitet wird in meinem fall mache ich das zum beispiel im gastnetz im gast wlan habe ich so dass da direkt 8 8 8 8 und 8 8 4 4 eingetragen ist damit er gar nicht erst auf die software zugreift sondern direkt rausgeht genau das heißt der part passt hier könntet ihr jetzt zum beispiel mit mac adress mapping statische ip-adressen machen das heißt wenn ihr die mac adresse habt gebt ihr einfach den hostnamen die mac adresse und die ip adresse an die ihr haben soll dann starten sie startet ihr einmal das gerät neu und dann hat direkt die adresse habe ich ausprobiert bei meinem macbook so der part ist fähig den rest brauchen wir nicht der untere part ist zum beispiel notwendig wenn ihr eine tk anlage habt um dann bestimmte boot optionen frei dazu geben dass dann die telefone den boot surfer reichen aber normal verbrachte das nicht wir gehen einmal auf safe so jetzt wenn wir schon soweit dass der das netzwerk funktionieren würde jedoch fehlen die feuerregeln das heißt staat mäßig legt er keine feuerregel an das heißt wir haben aktuell ausgehend nichts offen und deswegen müssen wir das noch einstellen das geht in dem fall über rules und policies und dann geht ihr auf add firewall new rule ihr könnt es loggen müsste nicht das nenne ich dann einfach test 123 to waren dann habt ihr hier schon die zonen in dem fall wollen wir ja gerne die test 123 zone alle endgeräte in der test 123 zone sollen in die zone waren haben wir in dem fall hier stehen waren betrifft dann alle up links in dem fall habe ich nur ein weil ich nur ein port habe aber das wären dann im normalfall auch mehrere dann destination network könnt ihr theoretisch eingrenzen ist ein bisschen sinnfrei deswegen einfach auf any lassen aber bei diensten könnte je nachdem was ihr möchtet entweder any freigeben das ist natürlich die einfachste methode aber natürlich auch die unsicherste falls man zum beispiel gas netz macht mache ich sinnvoll einfach nur http https gegebenenfalls smtp das kann ich euch hier gerade mal zeigen http und https zum beispiel oder dann noch smtp und smtps oder pop3 also das sind halt diese ganzen protokolle die man normalerweise braucht um dann gegebenenfalls hier keine ahnung in so ein e mail programm zu nutzen wenn man einmal oder pop3 hat und dann zum beispiel aber im normalfall reicht es auch https und http damit halt die endgeräte in den netzen halt nach extern kommunizieren können ich habe natürlich in meinem default netz any any gemacht aber in meinen speziellen netzen dann bestimmte ports nur weil im normalfall braucht man ja nicht alle so dann gehen wir hier runter hier könnt ihr nämlich auch den webfilter aktivieren das heißt hier gibt es bestimmte web policies ich habe in dem fall die normale default policy damals bei mir bearbeitet und dann könnt ihr auch noch sagen er kann hier http scannen und decrypt https wichtig ist wenn ihr https encrypten bzw entschlüssen wollt muss zwingend auf dem endgerät also auf dem pc oder mac oder was auch immer das zertifikat der software sein sonst kann es nicht entschlüsseln deswegen anhaken könnt ihr es aber funktionieren tut es nur wenn ihr das zertifikat dann integriert aber da gibt es ein anderes video später dann gibt es noch die protection da kann man gegebenenfalls noch scan ftp von malware machen muss man nicht kann man machen und der ganze andere kram den habe ich bisher nie aktiviert gehabt so gehen wir unten hin hier können wir halt bestimmte sachen noch angeben wie zum beispiel ips regeln dann habe ich hier bestimmte regeln schon angelegt da kann man dann bestimmte sachen angeben wir können mal hier reingehen in dem fall default appears protection land one und dann sehen sieht man hier welche signaturen hinterlegt sind bezüglich was er überprüfen soll malware operating system und den ganzen kram und das könnt ihr euch einfach mal anschauen dann bei den bei eurer firewall den vergeben auf cancel lasse ich weg gleicher part geht hier ihr könnt wenn ihr mich e mails eingehen oder in dem fall ausgehen sagen er soll die scannen wenn über imap kommuniziert wird beziehungsweise über pop 3 bzw smtp ist ja versenden pop 3 und imap ist empfangen und dann dabei die regel jetzt gilt für intern nach extern ist in dem fall eigentlich dieser partner wichtig dann würde er ausgehend die smtp protokolle oder das smtp die des sind die smtp daten abfragen so dann können wir ganz normal auf safe gehen jetzt seht ihr auch icmp ist nicht drin das heißt wenn ihr jetzt versuchen würdet wenn ihr in diesem netz seid und wir wollten zum beispiel 8 8 8 8 8 anpingen geht das nicht das können wir jetzt gleich noch hinzufügen und ihr seht auch traffic to warn landet hier hier habe ich nämlich schon zwei netze ich habe nämlich wlan gast to warn management to warn wlan prof to warn und in dem fall test 123 to warn und ihr seht schon hier oben sind bei gasten und paar freigegeben wie eben schon angesprochen ich habe halt noch icmp erlaubt das mache ich jetzt hier unten auch noch weil sonst könnt ihr zum beispiel google nicht pinge dann wisst ihr nie ob das internet funktioniert kann sein muss nicht sein also muss man nicht aktivieren aber ich mache das schon gerne so einmal noch hinzufügen safe und jetzt hätten wir das komplette netzwerk angelegt das heißt jetzt habt ihr ganz normale vline id die könnt ihr gegebenenfalls auf euren switch packen und dann könnt ihr ganz normal zugriff erhalten aktuell ist auch so dass die netze standardmäßig untereinander nicht kommunizieren können das muss separat angelegt werden das heißt es bei der bei der bei der bei der utm gab es damals den haken dass man feierbar regeln automatisch anlegen kann gibt es hier auch aber im normalfall macht man das nicht damit man halt die ports separat freigeben kann als beispiel ich habe zum beispiel aus meinem netz zugriff in alle netze aber alle anderen netze haben nur bestimmte ports oder gar kein zugriff anders zum beispiel gastnetz muss nicht in privates netz zugreifen ja das war schon gewesen bei fragen unten in die kommentaren von lombo hoch wie die aufwand dankeschön